Und ein herzliches Willkommen zurück zu... South Park! So, wie ihr seht, wir haben was neu in Outfit an, wir haben ein neues Outfit an, wir haben ein neues, neues Outfit an. Ja. Wir haben aus Versehen schon mal ein bisschen losgecraftet, weil wir dachten, wir ziehen uns mal ein schöneres an. Wir haben zwei Kostüme gecraftet, und zwar unser Super-Duper-Booster-Outfit. Zeigen wir euch mal eins kurz. Und zwar unter Kleidung hier haben wir unser Super-Duper-Booster-Boom-Box-Anzug. Äh, die Handschuhe und die Mütze haben wir nicht auf, aber du könntest ja mal kurz zeigen, wie das aussehen würde. Also Handschuhe würden dann quasi so aussehen. Wir zeigen euch das mal komplett. Wir ziehen uns gleich wieder um. Also so sieht das Super-Boom-Box-Outfit aus. Aber wir dachten uns, natürlich der BH-Kopf, C-Körbchen-Kopfbedeckung, sieht nice aus. Und die Handschuhe fanden wir jetzt auch besser. Genau, die Hitzewelle-Handschuhe sehen schon sehr, sehr nice aus. Und dadurch sind wir ein bisschen in den Artefakten gestiegen. Wie ihr seht, wir haben jetzt noch einen Slot frei. Genau. Den können wir gleich befüllen. Da wir ja schon die Alien-Sonder-MK2 drin haben, würde ich jetzt sagen, machen wir die Kette aus Elfenhorn rein. Und zwar einige Elfenhorn, äh Elfenhörner, die geerntet, getrocknet und mit dunkler Magie verzaubert wurden. Hört sich ganz gut an und hat mitunter die meiste Energie mit drin. Hier hast du Rückstoß-Kombo-Schaden plus 35 und ultimativer Kraft-Erholung. Steigt sich hier zwar um 15% und das ist ziemlich gut. Also die, der ultimative Kraft, dass die schneller, die kannst du dann schneller einsetzen. Ah, okay. Und was war dieses grüne Blatt? Äh, lese gleich vor, warte mal. Die meisten Artefakte verleihen einen bestimmten Team-Bonus. Wenn sie ausgerüstet werden, wenn du mehr über Team-Bonie erfahren willst, halte X gedrückt. Die kritische Treffer-Schaden bestimmt viele, wie viel Bonusschaden du anrichtest, wenn du während eines Angriffs erfolgreich X drückst. Der ultimative erfolgreiche Erholung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativ-Anzeige fühlt, wenn du eine Kraft einsetzt oder getroffen wirst und währenddessen X drückst. Der Statuseffekt-Schaden bestimmt, wie viel Schaden Statuseffekte wie Brennen, äh, angewidert, geschockt und blutend anrichten. Die Gesundheitswiederherstellung bestimmt, wie viel Gesundheit du zurückerhältst, wenn du getroffen wirst und währenddessen X drückst. Der Rückstoß-Schaden bestimmt, wie viel Schaden du anrichtest, wenn du Gegner zurückschleuderst. Und die Boni der Bonus-Verbündeten-Gesundheit erhöht die Gesundheit deiner Verbündeten. Weitere Informationen zu den Attributen findest du unter dem Punkt Menü im Hilfeabschnitt des Pausenmenüs. Okay, so, grüne Blatt. Armageddon-Blatt wurde deine Gruppe diabolischer Sechsklässler entwendet, die eine globale Katzenwahn-Pandemie auslösen wollten. Macht minus 15 Prozent, also die ist sehr schlecht. Die macht gar nichts, verbessert nichts. Der würde uns zwar einen Rückstoß-Kombo-Schaden von 35 geben, aber minus 12 im Ultimativ-Kraft-Erholung. Und dann der Fidget-Spinner. Die waren noch nie auf diesen Hype. Okay. Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, wie man meine Werte aufbessert, aber ich hab's jetzt gerade gesehen. Okay. Also, brauchst du mir die Fragen nicht beantworten. Sehr gut. So. Wut, wut, wut. Hannah B. Walzer. Wir sind ein Kunstsammler. Der Kunstsammler, von dem alle träumten. Hey. Unter uns, bei den Bullen hier, hab ich ein ungutes Gefühl. Ja. Naja. Bei den Bullen hier? Ja, kann ich verstehen. So, warte mal, wie kann man denn da hinten rein? Warte mal, ich muss mal schauen. Schauen, 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 schauen. Schauen, schauen, schauen. Schauen, das Schaf. Schauen, das Schaf. Kennt ihr mal schauen, das Schaf? Wie kann man denn da hinten? Kann man da noch nichts im Rucksack kennen, oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Will da hin? da kommen wir tatsächlich noch nicht hin ha 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 fahrstops nicht nochmal zurück die hall deswegen dachte ich noch mal schnell zurück aber die bürgermeisterin machten ja dann tanzt hallo nicht vergessen diese woche ist das meeting mit dem gesundheitsamt ja kommt mit dem gesundheitsdenken bild haben treak und kreik griff griff nach der liebe schmatzi schmatzi kann man hier noch was holen so vielleicht wenn die bürgermeisterin dir folgt jetzt nicht arbeitslos machen wenn die chefin dir nicht folgt folge ich dir auch nicht kompendium der kisten artefakt aber als minus 25 ok also nicht gut schön dass sich junge leute noch für lokalpolitik interessieren ja mega wenn du immer fleißig lernst dann wirst du vielleicht auch mal bürgermeisterin von einem kuhkopf wie south park das dauert wohl noch ein bisschen die uns folgen will für die müssen wir wahrscheinlich erst irgendetwas tun das stimmt immer wenn wir sind ja wahrscheinlich so ladebildschirm lade 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 büte oder wir müssen das hauspark die straßen sicher machen wahrscheinlich ja das können natürlich sein park rante country police office zu spät macht die augen zu aus der rante halle das hatten wir schon sorry ich mach nicht mit jedem selfis ich bin nicht jeder kraft steht nicht was bist du denn ein rodeo clown alter ich schon durch bin deine mami navigiert so vermutlich musisch hat ein bist ein kopf wir stöbern hier mal bei euch ein bisschen rum hier war schön dass die team hier alle so okay ist das war einfach hier so ein bisschen rumlatschen die schränke aufmachen und einfach irgendwas rausnehmen noch so ein nachwuchsverbrecher schreck männer habe ich nicht recht die polizei schätzt die mithilfe besorgter bürger ich denke wir können unserem nachwuchsdetektiv ein kinder spezialfall geben okay hört zu ein neuer player mischt die hiesigen sind die karte auf ein echt übler bursche ein verbrecher lord der den gesamten drogenmarkt der stadt kontrollieren will wir konnten ihn bis dahin verfolgen geht da rein und schalte ihn aus du gehst vor meine männer kommen nach wenn du den drogenbaron erledigt kriegst du diese nachwuchsdetektiv marke schick was und jetzt los sei doch nation wir sind ein kind erst mal wieder beliebungsdrang wir holen sieben dollar alter was oje kleber ja es wird zeit coole musik Oh yeah. Oh, 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 oh. Äh. Achso. Falsch. Okay. Flüppsch. Oh, guck mal, die Wand hat einen Riss. Jo. Kümmern wir uns sofort drum. Ja, Landa-Perücke. Jo, Landa. Warte mal hier. Warte mal hier. Ui. Jo, Landa-Kleid. Und natürlich hier auch. So. Oh, der war zu groß. Nicht übel. Okay. Das hast du ja auch schon gesagt. Coole Moves. Super. Äh, rechten Stick. Ui. Oh. Nicht übel. Ah, shit. Shit. Shit, shit, shit. Nochmal versuchen. Aber wir haben es leider nicht bis oben geschafft. Kann man versuchen, ja. Schwierigkeitsgrad. Vier Sterne. Auch viel? Ja. Oh. Ach, so scheiße. Wirst du mal probieren? Nee. Doch, doch, doch. Kannst du gleich mal machen. Nee, ich will den erst mal mit einer einfachen anfangen. Ist einfach. Ja, na klar. Okay. Okay. Coole Moves. Jawoll. Nein, er stand nicht übel. Stimmt nicht, jawoll, da hast du recht. Damit haben wir den Check. Vier Sterne draufgeguckt. Guck mal, beim Spiegel ist auch ein Riss. Ja, guck mal, und dann siehst du da unten ein Häkchen. Hast du geschafft. Ah, okay. Stimmt, da kann ich ja nicht sehen. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Kannst du die Tasche da runter spielen? Nee. Wie sieht denn unser neues Outfit aus? Ui. Ui. Nee, die hat ja unter. Alter. Okay, wir wissen, was wir die nächsten paar Male bald anziehen werden, Freunde. Lasst euch überraschen. Wer misst denn du? Tja. Nicht deiner Mama. Okay, sagt deine Mama. Nein, das sagt ja jeder. Stimmt. Hast du auch wieder recht? Okay, kann man wieder einkaufen, hier kann man verkaufen. Back at. Softroom. Äh. 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 Softroom. Hallo und willkommen. Tom, ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Korn ist Puppe. Wichtiger Gegenstand. Aha, da oben ist ja ein paar Pillen. Aha. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja, ist ja gut. Komm, setz dich, lass uns quatschen. Also, warum lauft ihr hier rum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden, selbst Justizler, so wie Bam Affleck? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langen Sandwich zu verschlucken. Das hab ich selbst geschrieben. Ich mach nebenbei Stand-up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, geb ich dir was. Mr. Adams. Kopfaufnahme. Wichtiger Gegenstand. Okay. Wir haben einen neuen Job. Oh. Konfizierte K.O.-Tropfen. Sticky Magazin. Okay, okay, okay. Ja, den Schlesikowski. Ladebildschirm. Okay, damit haben wir das Polizeirevier abgegrast. Gut, welche Missionen wollen wir zuerst machen? Die von den Cops oder denen seine Foodbearer da verteilen? Oh, das ist eine gute Frage. 13 Likes haben wir auf unseren wunderschönen Präsidentenausflugstag. Oh, ich wette, du findest ein Plättchen in der Polizeiwache für meine Kopfaufnahme. Immerhin werde ich wenig wegen extremer Ausgelassenheit gesucht. Okay, sag mal, im Polizeirevier. Im Polizeirevier. Im Polizeirevier. Wie kann man die überhaupt auswählen? Ah, guck mal da. Eins von acht verteilt. Ah, okay. Da sind denn so Schwätzen. Was schreibt er schon wieder? Du weißt, dass rund um das Rathaus viel los ist. Vielleicht stellt die Bürgermeisterin mich für einen Wahlkampfsport an. Einen total lustigen. Okay, also zum Rathaus. Ich würde sagen, wir machen das erstmal, oder? Ja. Schnell mal folgende Dinge. Also Rathaus. Und dann können wir den nämlich begeistern für ein Selfie. Und wir sehen, was er in der Schublade hat. Wenn ein erwachsener Mann so ein kleinen Jungen sagt, zeig dir, was ich unten in der kleinen Schublade habe. Ich wette, mit dir da ist ein Clown. Ich stehe auf Clowns. Guck mal, da ist ein Gif. Zack. So. Geh zur Schule. Achso. Ja, ja. Nächst mal in deinen Verlauf. Wo? Wo ist Verlauf? Na, da. Er musste mal erst warten, was er geschrieben hat. Du weißt, dass sie ein im Gemeindezentrum alles posten lassen. Das gibt's null Qualitätskontrolle. Äh, Frage. Wo war... Und Eikaufszentrum? Wir waren ja noch nicht. Das ist die Kirche, das ist die Schule. Das ist die City. Park Country, nee, das ist die City Center. Äh, Community Center. Äh... Das Hauspark Mall. Das Hauspark Altenheim. Dein Haus. Dein Haus. Warte mal, wir müssen noch mal jetzt kurz lesen. Warte mal, Kunster Grum. Du weißt, dass sie... Ach, im Gemeindezentrum, nicht im Einkaufszentrum. Im Gemeindezentrum. Ist das hier die Gemeindezentrum? Aber ich war noch... Waren wir nicht schon im Gemeindezentrum? Polizeistation. Rathaus. Das Hauspark, bla, 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 bank von South Park. Äh... Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Ich würde sagen, das ist das Community-Ding nach vorne. Ich würde sagen, das ist das Ding hier. Okay, gemein. Wir sind jetzt da, dann müssen wir hier rüber und da hoch. Okay. Dann müssen wir sowieso hin Richtung Schule. Dann kann man da gebetet machen. Dann kann man die Schule auch gleich machen. Also ich würde mal denken, dass... Da die Gemeindezentrum ist. Weil Community-Gemeinde... Da auch Kinder passen. Doch ich würde mal sagen, ja. Pass auf jeden Fall. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nee, falsch. also wenn ja war deine idee hallo du willst einen kampf von meinen froh zu den gegneren dreieck so nicht mein freund ok los geht's ach du scheiße was ist das denn das ist wir uns oder brennt gar nicht bar zu mir überrennen wir sie wir sind die heuschrecken ok aber vielleicht so und dann macht er hier das können wir natürlich auch sehen sehen ba ba alles schön und lustig bis wir aus den augen und erschen bluten oh nein er gab vielleicht steuern fantastisch oh aber sie selber nicht flinkt akkentäter oder was immer wenn er dran ist kann er nichts machen oder ganz hinten den oder der ist zu weit weg ne doch oder irgendwie ne das ne er brennt am boden und um wir brennen auch scheiße nein na dann halt den beinbruch warte mal äh heilen 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 warte mal der hat noch viel warte mal wir haben kopf jetzt ist er erstmal dran nicht in diesem ton mein freund sehr befriedigt sehr befriedigt auch viel zufrieden ich esse nie mehr was ok los geht's oh er ist schon wieder stell das auf kurzer grab ja wie cool dass euch mein facettenauge ausgesehen hat alter total und tschüssikowski das ich lasse mich nur kurz an den leichen lutschen oh misch das ist mir jetzt das wollte ich überhaupt nicht so sagen ja alle klar du hast gewonnen alles nehmen super jawoll kann man da hinten essen aber halt ne tasche scheiße was aus spiel spiel warte aufs spiel na nage kamera ach so na na komm mal da ran rillt ok du solltest dich schämen nein kommst du da an diesen vogeln jetzt dran ok ich ich kenne es ist auch eine geisteshaltung gemeindezentrum was geht man stimmt okay bevor wir ins gemeindezentrum gehen auf haben wir in der nächsten folge leute also vielen dank wird zu gucken ich wünsche euch wunderschönen abend oder was auch für mal für eine tageszeit ist genießt die zeit bis dahin ja auch wieder sehen die tüte die tüte die tüte die tüte die tüte